Nach dem schweren Unfall im zweiten Superbike-Rennen in Thailand befindet sich Yuchin Lavati mittlerweile in einem Krankenhaus in Bangkok. Bei dem Sturz wurde der Nortiere von Jordi Torres getroffen und konnte im ersten Moment seine Beine nicht spüren. Es stellte sich heraus, dass er einen Bruch des rechten Schambeins erlitten hat. Diese Verletzung wird nicht operiert und soll auf natürliche Weise heilen. Trotzdem wurde in einem Krankenhaus in Buriram eine kleine Operation durchgeführt, um kleinere innere Verletzungen zu versorgen. Am Montag wurde Lavati per Helikopter von Buriram nach Thailand geflogen. Noch ist offen, wann der Nortiere nach Europa zurückkehren kann. Fest steht, dass der 31-Jährige längere Zeit pausieren muss. Als Comeback fasst er sein Heimrennen in Donningen, 25.7 und 20. Mai ins Auge. Das heißt, Lavati wird Rennen in Aragon, Aachen und Emolle verpassen. Ich bin natürlich sehr enttäuscht, dass ich so früh in der Saison einige Rennen auslassen muss, aber ich schätze mich glücklich, dass meine Verletzungen nicht schlimmer sind, wird Lavati bei worldspk.com, zitiert. Als ich auf dem Boden lag und im ersten Moment meine Beine nicht bewegen konnte, so ein Gefühl hatte ich noch nie zuvor, Torres konnte dem direkt vor ihm gestürzten Lavati nicht ausweichen und erwischte ihn. Der Spanier blieb unverletzt. Lavati muss sich in Geduld üben und abwarten, bis er mit dem Training beginnen darf. Bis zu einem Monat muss er Ruhe bewahren. Ich nehme mir vor, bei meinem Heimrennen im Donningen Park zurück zu sein, lautet seine Zielsetzung. Auch in Thailand ist derzeit seine Frau Peppa an seiner Seite. Wen Milwaukee Aprilia in der Zwischenzeit als Ersatzfahrer nominieren wird, ist noch nicht bekannt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017